Liebe Zuschauer, auch so kurz vor Weihnachten ist aus jagdlicher Sicht wieder einiges passiert. Herzlich willkommen zur letzten Folge DOZ News in 2017. In Siegen-Geiswald hat ein Fuchs in der vergangenen Woche zwei Joggerinnen attackiert. Der Rotrock biss eine der beiden Sportlerinnen dabei in den Arm sowie ins Bein. Sie musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden. Näheres ist zu diesem Vorfall bislang nicht bekannt. Der Jagdausübungsberechtigte wurde umgehend verständigt. Nach dem Maßnahmenpaket in Mecklenburg-Vorpommern hat nun auch Bayern ein Gesamtpaket zur Prävention gegen die afrikanische Schweinepest beschlossen. Unter anderem sind Aufklärungskampagnen sowie verstärkte Kontrollen der Veterinärbehörden darin enthalten. Doch es fließt auch bares Geld. So sollen Jäger für das Erlegen von Sauen mit einer Vergütung in Höhe von 20 Euro belohnt werden. Bis Ende 2018 wurden bereits 1,5 Millionen Euro für das Programm bereitgestellt. Panzerknacker meiden normalerweise die Polizei. Doch in Bad Homburg ticken die Uhren anscheinend anders. Mitten in der Nacht strommerte am vergangenen Wochenende ein Waschbär über das Außengelände der örtlichen Polizeiwache. Polizisten versuchten daraufhin den Panzerknacker zu stellen. Doch der ließ sich gar nicht stören. Im Gegenteil, er bediente sich in Gegenwart der Polizisten an den umherstehenden Mülltonnen. Na dann, Mahlzeit. Und zum Abschluss noch etwas zum Thema Wolf. Der Grauhund, der im Schwarzwald Schafe und mehrere Stücke Rotwild gerissen hat, stammt aus Niedersachsen. Das ist das Ergebnis von genetischen Untersuchungen des Senckenberg-Institutes. Unklarheit herrscht jedoch über den Verbleib des Wolfes, denn wo er derzeit steckt, weiß niemand. Niemand weiß bis jetzt auch, welcher der beste Titel des Jahres 2017 war. Denn darüber entscheidet ihr noch bis zum 3. Januar 2018. Unter allen Teilnehmern der Abstimmung verlosen wir zahlreiche Preise. Wie eingangs bereits angekündigt, war dies die letzte Folge DOZ-News im Jahr 2017. In der kommenden Woche werden wir einmal aussetzen. Im Namen der gesamten DOZ-Redaktion wünsche ich euch und euren Familien frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins kommende Jahr 2018. Vielen Dank fürs Einschalten und bis übernächsten Mittwoch. Bis dahin, Waldmannsheil.